Bitte? 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 Oh, du musst Danke sagen, dein süßes Maus. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Ich nehme dich heute wieder mit in meinem Alltag. Der Große ist oben. Er ist krank. Er ist der Einzige oder der Letzte, der jetzt krank geworden ist aus der ganzen Familie. Vielleicht hört er sich etwas blöd an, aber ich bin froh, dass er jetzt krank ist, denn das bedeutet, jetzt haben wir es bald hinter uns. Denn wenn er wieder gesund ist, sind wir alle wieder fit und dann können wir auch wieder auf Ausflüge gehen und alles. Das hat sich jetzt ziemlich lang gezogen, wenn jeder nacheinander krank wird. Dann dauert das auch mal zwei, drei Wochen, bis die gesamte Familie wieder fit ist. Er ist aber gut versorgt. Ich bringe ihm immer mal sein Essen, Trinken hoch und er darf oben auch Fernsehen schauen, also seine Serien schauen. Ich gehe trotzdem immer mal alle paar Minuten hoch und schaue nach ihm, aber er ist ja auch nicht mehr so klein wie Lilly. Er ist ja schon etwas älter und verkraftet das doch schon recht gut, finde ich. Lilly ist oben, macht ihr Vormittagsschläfchen. Die große Prinzessin ist im Kindergarten und ich habe gerade meinen leckeren Kakao ausgetrunken in meiner allerliebsten Lieblingstasse. Alle anderen zeigen dir morgens ihren Kaffeepot und ich halte hier immer meine heiße Schokolade hoch. Und ich habe mich total gefreut, denn ich habe gerade eine Nachricht von Justiz bekommen, dass der neue Esstisch gleich ankommt. Und das muss ich dir einmal zeigen. Wir haben nämlich gestern Abend hier einmal den alten Tisch rausgebracht. So sieht das jetzt aus, komplett leer, total ungewohnt. Hier heilt es jetzt auch. Hallo, hallo. Für mich ist das so eine unglaubliche, ja nicht Last, aber es ist so befreiend, dass diese Mühe jetzt wegkommt. Das glaubst du gar nicht. Also wirklich seit sieben Jahren kämpfe ich dafür. Seitdem sie hier stehen, finde ich sie ja schon nicht schön. Ich bin einfach so froh, dass sie jetzt heute wegkommen. Sie sind aber noch nicht ganz weg, also es dauert auch noch ein bisschen, bis sie wegkommen. Jetzt stehen sie erstmal hier draußen. So wie immer ist das jetzt neuerdings unser Ablageplatz für alte Möbel, die wir jetzt verschenken, beziehungsweise die abgeholt werden. Die kommen natürlich auch nicht auf den Sperrmüll, das sind ja auch alte Erbstücke. Die werden nochmal schön neu aufgemotzt. Da kann man ja diesen ganzen Lack runternehmen und dann neu anstreichen und alles. Ich wollte das jetzt nicht alles machen lassen, weil das erstens mal so richtig viel Geld kostet und zweitens ich einfach die Form der Möbel allgemein nicht schön finde. Also auch wenn sie jetzt einen anderen Anstrich bekommen, würde ich sie jetzt nicht hier haben wollen. Deshalb bin ich froh, dass sie, ich glaube in einem Monat werden sie jetzt abgeholt. So lange stehen sie leider da unten, damit sie halt nicht nass werden. Und vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Diese Lampe hier, die haben wir auch neu. Justus fand die Lampe so schön. Er meinte, das sieht aus wie so ein Kunstwerk, dass es dann ja in diesem Raum reinragt. Wir hatten sie auch erst etwas tiefer hängen. Aber das Problem bei dieser Lampe ist, dass sie extrem hell ist. Vielleicht kann ich dir das zeigen, wenn ich das jetzt mal anmache. Ja, genau. Wir haben uns die Sonne ins Haus geholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut rüberkommt, aber eigentlich ist strahlend blauer Himmel draußen. Und diese Lampe, die toppt es trotzdem. Also die erstrahlt ja einfach alles. Worauf bestimmt viele jetzt warten seit dem letzten Video, ist der eingeräumte neue Schrank. Den muss ich dir jetzt natürlich auch zeigen. Jetzt komplett fertig sieht die Ecke so aus. Der Schrank ist jetzt immer beleuchtet. Die Innenbeleuchtung ist jetzt immer an. Und diese Ecke hier mit dem Spiegel. Ich habe mir hier jetzt auch ein Blümchen hingestellt. Ein Alpenfeilchen habe ich mir sagen lassen. Ich hatte auf Insta-Story gefragt, wie das heißt, weil ich mich mit Pflanzen ja nicht auskenne. Also danke an alle, die mir das gesagt haben. Also diese Spiegelecke hier liebe ich. Auch dieses Großzüge, dieser riesige Spiegel. Das macht wirklich was her. Die Schlüsselschale wurde auch einmal ausgetauscht. Das ist jetzt auch glasiger und passt jetzt auch schön zum Spiegel. Ich kann dir gerne mal das Innenleben jetzt vom Schrank zeigen. Ich glaube, das interessiert so viele einmal so reinzuluschern. Also wir haben das jetzt so aufgeteilt. Hier sind oben einmal Jacken drin von Justus mir und von Lilly. Also nur von Lilly. Die anderen beiden Kinder haben nämlich gleich da ihre eigene Ecke. Ganz oben kommen Sachen hin, die wir nicht ganz so oft brauchen. Also im Moment ist da jetzt zum Beispiel so eine Trage drin von Lilly. Hier sind dann noch so ein paar Schüchen von Lilly, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, wo ich die jetzt noch hin tun soll. Aber da haben sie eigentlich guten Platz. Guck mal, wie süß die sind. Die wollte ich dir auch noch zeigen. Guck mal, das sind diese, die sie ja jetzt schon hat. Also diese hier, diese Lauflernschuhe oder diese ersten Schuhe. Die habe ich jetzt nochmal gekauft. Eine Nummer größer. In Russi Gold. Die sind auch schon innen drin gefüttert. Also perfekt für Herbst, Winter. Und damit kann sie dann herumsturzieren. Dann haben wir hier dieses Fach für Brillen, Sonnenbrillen. Ja und so, weiß ich nicht, so Kleinkram. Haben wir noch nicht ganz ausgefüllt, aber das kommt bestimmt noch mit der Zeit. Dann sind hier unten die Schuhfächer. Also die kann man auch komplett rausziehen. Hier unten sind die Männerschuhe, Justus und vom Großen. Und die Türen gehen halt auch alle schön leise zu, dass es nicht so rappelt. Dann haben wir hier auf der anderen Seite auch nochmal Jacken. Das ist jetzt hier die Kinderecke, von der ich eben geredet habe. Richtig schön kindgerecht auf Kinderhöhe. Da können die beiden Großen dann selber immer rangehen, ihre Jacken aufhängen oder eben nehmen. Und dann haben wir hier noch die ganzen Helme, Fahrradhelme von den Kindern. Das ist auch noch so ein Ski-Helm. Wir haben echt viele Fahrradthemen. Irgendwie hat sich das so über die Zeit angesammelt. Dann sind hier so ein paar Rucksäcke, falls die Kinder einmal zum Ausflug oder zu den Freunden wollen. Dann können sie so ein paar Kleinigkeiten mitnehmen oder zum Hobby, also tanzen etc. Und hier unten sind nochmal so ein paar größere Stiefel von mir. Und hier in der mittren Leiste, das ist ja die, die komplett offen geblieben ist. Außer diese Schubladen, das ist hier mit so einer Glastür vorne. Da kann man durchschauen. Hier habe ich halt so ein paar Handtaschen von mir, die ich immer brauche. Da ganz oben sind Hüte. Ja, ich hatte mal eine Hutphase. Eigentlich kann ich dir das mal zeigen. Warte, ich komme nicht dran. Komm nicht dran. Habe ich schon lange nicht mehr getragen. Moment. Ich soll mal gucken, ob das gut aussieht jetzt. Zu dem Rosa passt das jetzt nicht so gut. Aber wenn ich so schwarz trage, so im Herbst, Winter, dann sieht so ein roter Hut ganz hübsch aus. Ich finde allgemein, ich habe so einen Hutkopf. Den hier habe ich geliebt. Ist ja nicht hübsch. Aber das muss man natürlich mögen. Also wie gesagt, ich hatte so meine Phase gehabt. Und ich finde die trotzdem noch sehr schön. Deshalb habe ich sie immer noch hier. Auch wenn ich sie eigentlich nicht mehr so trage. Hier in den Schubladen sind einfach Schals. Ganz viele verschiedene. Meine Schals. Dann für Lilly ihre Overalls. Einmal Wolle. Einmal Softshell. Dann haben wir hier Mützen von allen Kindern. Querbeet. Kann sich dann jeder bedienen. Hier haben wir Handschuhe. Auch von allen. Und hier unten Käppies. Weil im Moment ist ja nicht mehr so die Käppie-Zeit. Deshalb ganz unten. Manche hatten mich ja gewarnt und gesagt, Nancy, nimm keine Milchglas-Scheiben. Weil man da die Klamotten durchsieht. Und das ist jetzt auch so. Und am Anfang dachte ich auch so, hm. Vielleicht ist das jetzt doch ein bisschen unaufgeräumt. Aber seitdem ich den jetzt eine Woche lang hier stehen habe, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Schrank. Es sieht einfach so gemütlich aus. Also auch dieses Licht von innen. Dieses Warme. Und vor allen Dingen auch, dass man eben durchschauen kann. Also, dass man eben die Klamotten sieht. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Auch hier diese Schubladen. Das finden bestimmt manche auch irgendwie unaufgeräumt oder so. Ich werde diese Sachen auch niemals falten. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass es eben genau so aussieht. Wenn der Schrank jetzt ganz offen gewesen wäre, ohne Türen, dann hätte ich das auch unordentlich gefunden. Aber so ist das eher, ja, so gemütlich einfach. So zu Hause. Also wir leben ja hier wirklich bei uns zu Hause. Wir leben hier nicht in einem Katalog, wo das irgendwie alles Spiegelglanz sein muss. Sondern, ja, es hat einfach so was Warmes, finde ich. Also ich liebe diesen Schrank. Da passt alles rein. Endlich. Ich weiß gar nicht, wie wir das vorher geschafft hatten. Mit einer fünfköpfigen Familie. Drei Kinder. Wo wir das ganze Zeug untergebracht haben. Deshalb lag hier auch alles immer überall rum. Und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Und was mir besonders gut gefallen hatte das letzte Mal, war nämlich wieder unangekündigter Besuch da. Also Freunde und Bekannte kommen gerne mal auch so vorbei. Und dann konnte ich einfach hier die Haustür aufmachen, ohne mich zu schämen. Vielleicht kennst du das. Also ich hatte vorher den Eingangsbereich ja immer ziemlich zugemüllt. Und dann habe ich immer die Tür nur so halb aufgemacht. Und Hallo, wir sagten, jetzt kann ich sie aufmachen. Und hier ist einfach immer aufgeräumt, weil alles im Schrank drin ist. Jetzt warte ich noch auf das Klingeln schon wieder. Ich warte wieder auf das Türklingeln. Denn gleich kommt ja dann der Esstisch mit den Stühlen. Und während ich warte, bin ich noch auf der Suche nach Schnullern. Denn Lilly ist ja jetzt auf dem Weg der Besserung. Und da wollte ich einmal alle Schnuller von ihr jetzt nochmal ordentlich abwaschen, abkochen. Damit sie sich nicht selber die ganzen Bakterien immer wieder reinschnullern. Hier sind jetzt zwei, aber da fehlen definitiv noch welche. Es sind ja ganz viele Schnuller. In ihrem Bettchen sind bestimmt noch einige. Im Auto sind bestimmt auch noch welche. Genau, da gehe ich jetzt mal gucken. Hier, eine kleine Spende bitte. Schnuller-Spende. Jetzt müssen wir mal hier kramen. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen Ordnung machen. Sie hat hier so viele Decken. Ach, guck mal. Da ist schon mal einer. Hier in der Ritze schmeißt sie auch gerne ihr Spielzeug und Schnuller rein. Und da ist der zweite. Eine Mülltonne vom Playmobil. Ach gut. Nehmen wir auch mit rein. Nur zwei gefunden. Aber immerhin. Ich mache hier ihre Kuscheldecken mal. Einmal schön wieder ordentlich. Das ist ganz süß. Sie mag im Moment Kuscheldecken total gerne. Dann schnappt sie sich immer eine und kuschelt sich richtig rein. Dann noch mit einem Schnuller. Und dann schläft sie auch richtig schön ein. Hier, das ist übrigens für mich so ein Nackenhörnchen. Das habe ich dann für die langen Ausflüge, wenn wir welche machen. Dann sitze ich ja immer hinten und Justus fährt. Und dann kann ich damit auch mal ein paar Minuten schlafen. Eine Mütze ist hier noch von ihr. Und ein Halstuch. Halstuch nehme ich wieder mit rein. Mütze auch. Sportbeutel. Vom Großen liegt hier auch noch rum. Ich glaube, hier muss man wieder durchgesaugt werden. Aber jetzt habe ich gerade keine Lust dazu. Ich glaube, das mache ich mal mit Justus am Wochenende zusammen. Weil einer muss ja immer auf das Baby aufpassen, während der andere irgendwas hier werkelt. Dann kann ich hier direkt wieder in den Schrank einräumen. Turnbeutel kommt hier. Und die kleine Schnullerspende. Auch wenn das schon viel aussieht, aber kommt bestimmt noch einiges zusammen. Also bestimmt das Doppelte noch. Der LKW ist da. Ich mache schnell die Klingel aus. Zu spät. Okay. Ich hoffe, Lilly wurde jetzt nicht aufgeweckt. Hallo. Moin. Können Sie vielleicht das Dorf für uns aufmachen? Ja. Können wir mit dem Auto hier reinfahren? Ja, klar. Mach ich auch. Das wäre nett, danke. Okay. Die waren aber fix. Schon direkt da an der Tür. Was sind die denn hergekommen? Die sollen aber nicht durch die Haustür kommen, sondern durch die Terrassentür. Da passt das, denke ich, glaube ich, besser durch. Ich mache hier einmal den Teppich noch weg. Ich glaube, Lilly ist wach. Ja, das Mäuschen wurde aufgeweckt. Ach, schade. Da muss ich jetzt aber schnell hoch sie holen. Da ist das Mäuschen. Ja. Die Pakete sind jetzt alle da. Es sind insgesamt acht Pakete. Alles einzeln eingepackt. Das muss jetzt alles ausgepackt werden und wird auch noch gleich aufgebaut. Also habe ich schon sehr gespannt, wie das aussehen wird. Die Tischplatte ist auf jeden Fall super schwer. Das habe ich schon gesehen, wie sie das reingetragen haben. Also da mussten sie schon ganz schön schlaufen. Ich habe Lilly jetzt mal ein Brötchen in die Hand gedrückt. Jetzt gehe ich nochmal oben in ihrem Zimmer nach Schnuller suchen. Die Schnuller-Suche ist nämlich noch nicht beendet. Noch ein bisschen Husten hat sie, ne? Aber das Schlimmste ist überstanden. Oh, Kuschelmaus. Ich liebe das, wenn sie so kuschelig ist. Ist ja schön. Gehen wir mal gucken, wo es hier noch so Schnuller gibt. Hier ist auch noch einer drin von heute Morgen reingeschmissen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nochmal fünf Stück. Was ich auch mal wieder machen wollte, ist hier die Schublade einmal aussortieren. Es sind jetzt wieder so viele Klamotten, die sie nicht mehr anziehen kann, weil sie zu klein sind. Und so viele auch wieder dazugekommen, die ich hier neu gekauft habe, die sie jetzt wieder anziehen kann. Sind jetzt alle komplett vermischt. Dabei habe ich gerade erst vor einem Monat komplett aussortiert, einsortiert. Guck mal, das ist noch eine Hose von der großen Prinzessin. Das ist jetzt eine 86. Da könnte Lilly jetzt schon reinpassen. Vielleicht noch unten so ein bisschen krempeln, aber dann geht das auch schon. Das ist so süße Maus. Ich habe jetzt bestimmt schon irgendwie drei große Kisten voll mit ihren Klamotten nur auf dem Dachboden. Ich behalte auch noch alle Klamotten. Man weiß ja nie, ob noch eins kommt. Da gibt es ja ganz viele Mamis, die sagen so nach dem zweiten Kind oder nach dem dritten oder nach dem ersten Kind ist es schon vorbei. Aber ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht. Braucht man dieses Gefühl, dass es vorbei ist? Weil ich habe das irgendwie nicht. Vielleicht ist auch Lilly schon das Letzte. Das kann ich auch irgendwie nicht sagen. Ich weiß es einfach gar nicht. Deshalb werde ich auf jeden Fall alle Klamotten von ihr jetzt noch behalten. Die kommen auf den Dachboden. Huch, kleines Baby. Bist du noch kuschelbedürftig? Bist du dann noch ein bisschen müde? Süße Maus. Huch, Vorsicht. Vorsichtig sein hier. Ja, hier ist eine Schublade. Warte mal, Mami muss noch da was machen. Eine Schublade. Zuge mal. Wir müssen auch noch mal zeigen, wie hübsch du heute aussiehst. Komm mal her. Guck mal, zeig mir deinen Eindruck. Der Oberteil. Das ist so süß mit den Eulen. Süß, ne? Ja, findest du hübsch? Richtig hübsch. Mami, find das hübsch. Genau, die Eulen. Das Oberteil hat übrigens Justus gekauft, weil man mir immer nachsagt, ich würde ihr immer nur pink kaufen. Aber das hier hat Justus für sie gekauft. Oh, ich mach mein Fenster auf. Ist gerade immer so stickig. Und halt so raus. Das hier kann ich auch mal wieder einrollen. Ich hab nämlich hier schon alles am Wickeltisch. Muss ich nicht suchen, wenn ich die Sachen brauche. Hab ich hier alle auch in der obersten Schublade drin. Hier ist so der kleine Arzneimittelschrank. Aber auch Cremes. Achso, apropos Cremes. Das hier ist übrigens die Creme, die ich so gut finde. Von Burt's Bees, aber die Baby Bee. Also die haben da ganz viele verschiedene. Aber die Baby Bee ist die, die sehr gut ist für den Windelbereich. Was ich auch noch habe, ist so eine Zinksalbe. Aber ich muss sagen, die finde ich auch okay. Aber gar nicht mal so gut wie die von Burt's Bees. Hab ich trotzdem hier drin für die kleineren Bewehchen. Kann ich dir auch mal die zweite Schublade zeigen. Auch schon ganz schön überfüllt. Aber da sind auch schon Sachen drin, die sie jetzt irgendwann bald anziehen kann. Justus ist da ja immer sehr fleißig. Der holt immer ständig die Sachen schon vom Dachboden, die die große Prinzessin mal anhatte. Aber er mag die Sachen am allerliebsten. Er meinte, er findet es total schön, wenn Lilly die Sachen von der großen Schwester anzieht. Deshalb, ja, habe ich hier halt ganz viele von diesen Sachen auch noch mit in den Schubladen. Ich glaube, ich muss einmal Windel wechseln. Kann das sein? Ja? Kann man mir einmal Windel wechseln? Ja? Dann machen wir das mal. Hier ist sogar noch eine. Ich habe zwei von denen. Die muss ich nämlich immer im Internet bestellen. Die gibt es so im Laden, glaube ich, nicht zu kaufen. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Deshalb habe ich direkt zwei Packungen bestellt. Sag mal, hallo, Papi. Papi. Total süß. Sie fängt nämlich jetzt extrem an mit dem Nachahmen, was man spricht. Und sie kann jetzt mittlerweile auch schon einiges sagen. Also Mami, Papi natürlich. Und was sie auch total süß sagt, ist Hoppa-Hoppa-Reiter. Hoppa-Hoppa-Reiter. So niedlich. Das sagt sie dann immer, wenn sie sich irgendwo draufsetzt, zum Beispiel auf Schaukelfett oder eben auf Milch oder auf Justus, auf die Beine. Dann sagt sie immer Hoppe, Hoppe, Hoppe. Ich glaube, Lilly möchte eine Mandarine essen. Kleine Mandarine. Aber hier. Wo ist das denn? Hast du da etwa reingebissen? Hast du da reingebissen? Sieht nach deinem Gebiss aus. Das muss man schälen vorher. Das schmeckt sonst nicht mit der Schale. Ich weiß nicht, ob die noch gut ist. Wann hast du da reingebissen? Aber wir nehmen lieber eine andere. Nicht, dass sie schon nicht mehr gut ist. Ja, kriegst du gleich. Bitte. Danke. Das gehört. Das war ein Danke. Schmeckt das? Bitte. Danke. Danke. So süß. Bitte. 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 Aber du musst Danke sagen, dein süßes Mose. Ich glaube, eine kann ich ihr ruhig noch machen. Die schafft sie bestimmt auch noch. Ganzes Netz. Gestern erst gekauft. Ich war nämlich gestern wieder Früchte und so frische Sachen einkaufen. Da reicht ja so ein kompletter Wocheneinkauf nicht. Und seitdem habe ich ganz, ganz viele Fruchtfliegen zu Hause. Mami holt noch schnell ein Papier. Oh Gott, hier fliegen sie alle. Sieht man das in der Kamera? Hier überall. Diese kleinen Viecher hier. Hier. Da. Überall. Ich weiß nicht, ob es bei dir gerade auch so ist mit den Fruchtfliegen. Aber das ist echt... Also es ist so viele. Gestern habe ich eine Tomate geschnitten. Habe ich einmal kurz rumgedreht. Und dann gucke ich da wieder hin. Und dann haben sich 50 Fruchtfliegen da aufgestürzt. Vielleicht müssen wir auch schon Lust die große Schwester abholen. Oh, was machst du da? Hast du so großen Hunger? Musst du den Tisch aufessen? Eie, 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 dieses arme Baby. Nicht, 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 nicht. Eie. Nur Ei machen. Ei. Ei machen. Ja. Ja, so ist schön. Ei. Siehst du, Mami, schon fertig. Mami. Bitte. Danke. War auch schon bei den Großen eines der ersten Wörter. Danke. Jetzt hast du zwei Mandarinen geschafft. Das letzte Stück. Bitte. Ich habe gerade die große Prinzessin vom Kindergarten abgeholt. Ja, Lilly ist sehr nervös. Das hat auch einen bestimmten Grund. Und zwar hat die große Prinzessin im Kindergarten einmal einen Obstsalat gemacht. Und den hat Lilly gesehen. Und sie fragt sich, wann sie den endlich essen kann. Das ist ganz lieb von der Großen Schwester. Sie möchte nämlich gerne teilen. Da gibt es ein Problem, Mami. Was ist das für ein Problem? Ich weiß nicht, wie das aufgeht. Da kann ich dir bei helfen. Komm mal hier. Jups. Ist auch richtig bunt hier. Lecker. Banane. Dürfen wir reinkommen? Ja, na klar. Warum? Baby, bitte. Ich mach was zum Essen. Mami, mach gleich nochmal Essen, ja? Warte mal, komm mal hier. So sieht das schon mal ohne Glasplatte aus. Richtig schönes Holz. Aber halt ganz risswillig, ne? Ist halt Naturholz. Und da kommt jetzt noch die Glasplatte drüber. Ganz viel Müll. Oh, das war's. In Verpackung. Was dann auch so übrig bleibt. Jetzt gibt's Mittagessen. Ich hab nämlich gerade Nudelsuppe gekocht. Ich hab für sie jetzt immer diese kleinen Nudeln. Die passen sehr gut in ihren Mund. Ich kann jetzt einmal versuchen, das selber zu schaufeln. Das ist auch extra ihr Geschirr. Einmal so schaufeln. Schaufeln. Mh, ist das gut? Ja, super. Super. Die fängt jetzt schon an zu lernen, wie man selber schaufelt. Das sind übrigens hier diese Nudeln, die ich jetzt immer für sie extra hab. Diese kleinen Piccolini. Die sind richtig gut von der Form her für diese kleinen Babymünder. Heute mal provisorisch hier in der Küche mit dem Stuhl. Oh, jetzt ist Sophie daneben gegangen. Guck mal. Machen wir wieder rein. Tschut, tschut, tschut. Zu so nehmen. Mami, zeig dir nur einmal. Guck mal. Nimm dir mal so. So kann man super schaufeln. Ja. Ja, super. Ja, super gemacht. Könnte ich jetzt auch ein bisschen essen. Bei einer leckeren Suppe. Bevor meine Suppe kalt ist. Große Schwester muss heute mit stehen essen. So, sieht das jetzt komplett fertig aus. Tada. Ich bin ganz gespannt, was du mir schreibst. Wie dir das gefällt. Ich mach mal hier die Lampe oben an. Das wirkt nämlich dann auch nochmal ganz anders. Die Sonne. Das spiegelt sich dann nämlich auch auf der Tischplatte. Auf der Glastischplatte. Schade, dass Justus jetzt gar nicht da ist, um das zu sehen. Ich hab ihm aber schon Fotos geschickt und er ist total begeistert. Er meinte, er hat das erst wieder richtig gut gemacht. Und ich freu mich auch schon drauf, das dann im Alltag auch auszutesten. Große Prinzessin ist auch schon da. Wir sind nämlich schon wieder auf dem Sprung. Es geht nämlich jetzt schon weiter zum Ballett. Immer viel los hier bei uns zu Hause. Die ganzen Schnuller hab ich immer noch nicht abgekocht. Ja, heute Abend werd ich's dann bestimmt schaffen. Dann würd ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.